Panzerfeuße auffüllen Die kann verkauft werden Mach du mal Gib mal ab Die kann verkauft werden Ach nö Idiot Ich wollte abklatschen Ja ich hab abgeklatscht Hast du nicht Du bist behindert Ich hab einen Erfolg bekommen Ja Ja Du hast einfach nur drauf gehauen eben Ja Hab ich eben auch gemacht aber Ja du musstest auf seinen Arm gucken Keine neue Mission Sorry Zorizentos Keine neue Mission Aber die holen wir uns jetzt Das Wildtier also war alt Wie Wie Ah Oh Lebt wohl altes Mädchen Ja Früher gehörte er zu den Crimson Raiders Interessiert? Ist seine Methoden zu brutal worden Es wird es einfach nicht für effizient Hyperion funktionieren vor den Augen ihrer Familie Die Gliedmaßen eins nach dem anderen auszureißen Boah Boah Nerv Sollen wir die eine Mission annehmen oder Welche Oder wegreisen Ach lass uns aber die Standards machen Ja kann man ja immer noch sagen Komm wir machen die letzten Optionalen Quests Später noch Später mal Wenn uns die Lüste dazu reißen Gehen wir nach Highlands Highlands Du stinkst noch Fisch Ah 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 Schon wieder 40 Minuten 38 Minuten Alter hast du schon wieder 2 Minuten Hast du meinen höchsten wieder aufgenommen? Nein Ja Du bist kacke Ich weiß Und das Schlimme ist du tust auch noch ein Nein Ich doch nicht So was würde ich nie im Leben Weil ich habe grad nur mal Äh 4 Sekunden, 1 Sekunden Jetzt habe ich 39 Minuten Was hast du grad gemacht? Ich will reisen Ja ich aber grad noch nicht Warum? Was machst du denn? Ich grad noch im Menü bin Ja mach das gleich wenn wir drüben sind Halt die Fresse Komm schon Centos Halt's Maul Was machst du da? Du hast da eh super Waffen Jetzt darfst du du Spacki Hab schon Fausen Garts Guts Was wolltest du? Musst du mal ein Inventar lernen du Affe Hä Warum hast du das nicht in der City gemacht? In der City Weil ich keine Lust hatte Heeeh Heeeh Ne Slapking Wie lange läuft das eigentlich noch? Was? Noch noch n Stückchen Noch n gutes Stückchen geht das noch So ne Stunde Sollten wir eigentlich, wenn wir jetzt so durchziehen, gut dabei sein. Oh, alter Schwede. Ja, was ist mit euch denn falsch gelaufen? Deine Mutter. Du bist so kacke, Centos. Ich weiß. Das war meiner, siehst du? Das ist jetzt die Strafe wegen dir. Alter, ich drück doch E. Ah, der fickt mich jetzt erstmal. Toll, Centos. Super gemacht. Den hol ich mir jetzt. Hä? Bei denen ist es getötet. Keine Ahnung. Warum bin ich schon eher tot als du? Ah, ich hab E gedrückt. Ich hab E gedrückt gehalten. Ja, weil du Spacki. Du Spacki, du bist so ein Spacki. Ich hab nichts gemacht, du Spacki. Ja. Gebe, hab ich gesagt. Alter, der Penis. Oh, die Droffelkopter sind da oben auch noch. Ja, die haben das Vieh hingekillt. Wer denn sonst? So, nimm mal hier. So, tschüss. Autsch. Tschüss. Verpiss dich da einfach mal drauf, der Kopf. Da ohne willst du näherst. Ja, du alter Scheiße. Was denn der Scheiße? Klar. Selbstmord. Boah, alter Schwede. Was ist mit euch? Was ist mit euch denn falsch? Schraub eigentlich einfach nur weiterlaufen. Weil die Nerven. Ähm, muss auch ein bisschen hier aufräumen. Boah, ja. Du schießt dann schön auf den Kanister eben. Oder auf den Tank, eher gesagt. Na, wo bist du? Aber ich hätte jetzt irgendwann noch... Oh, oh. Das gar nicht, das danke. Flieg. Ja, super gefaced. Boy. Ja, übertreib. Und wenn du noch mehr... Überleg mal, mal gesehen, wie viel Leben du ganz schnell bekommst. Naja, das ist das Geile. Ich hau schon mal ab, ne? Ja, du mich auch. Go, wie die übertreibt. Übertreibt doch mal! Ohne Witz. Ach, nee. Wie die einfach... Haha. Wie die einfach übertreiben hier. Ja. Nerven gerade hinter mir so ein bisschen. Ja, schlimm ich... Boah. Mein Leben, danke. Mein Leben, danke. Guck mal, wie ich hier nicht lebe. Gewonnen hab dadurch. Ja, das ist heftig bei dir. Das ist so krank. Aber oben lang? Ja, wir müssen hier so seit ihr an den Treppen. Auch nur durch die... Durch die Fähigkeiten natürlich, ne? Durchs Fräsen. Durchs Fräsen, ja. Durchs Fräsen. Vorsicht. Warte mal wenigstens. Ja. Hallo. Bist da? Der Spacki-Kopf, der nervt. Haltes Leben, wenn man aufgeschafft hat, der kunden. Aber ja, das ist so krank. Aber ja, das ist so krank. Aber ja, das ist so krank. Ich glaube, er nicht. Ja, danke. Den hätte ich eben noch schön killen können. Na, ich wollte dich. Ja, von da unten kann ich echt nix töten. Das stimmt. Alter, Schwede. Ja, Face 10 mal. Super. Und ich will den jetzt eben... So, hilf. ...Fick-Ding. Ja, übertreib. Na? Egal, dann nehm ich halt die. Lalalalalalalala. Ich hab da einfach zu wenig Munition von. Dann würde ich die Dauer benutzen. Sei zum Sterben. Wenn ich gleich meine Fähigkeit nicht hab, dann hab ich wieder ne Arschkarte. Ich brauch meine Fähigkeit. Hm. Teil zum Sterben. Tauern. Na, Lady? Die Räuche von ihr da oben werfen, ne? Ja. Ich laber noch ein Scheiß. Pisser. Batsch ist. Geh hoch. Heiß. Braucht mir. Oh, aber dringend. Vor allem ich. Aber ich glaub du auch, ne? Oh, doch. Oh, ich muss immer die Treppe. Ich glaub, jetzt müssen wir die Treppe auch noch latschen. Was fehlt dir ein, hä? Was fehlt dir ein, mich anzugreifen? Danke. Tschüss. Gut, friss. Oho. Ja. Hier redet Jung. Jetzt kommt der Bett des Gold. Jetzt kommt der Goliath Rasen. Ja? Warte mal, ich komm. Ha ha. alter schweizer mutter leider noch nach das problem alter guck mal was für eine weg und ultimativer bett das gulliat ja komm schon ernsthaft ja ich bin die munition nicht nur davon ja ich kümmer mich ganz schön denn tot was sie gerade gefächt direkt wieder oben ich habe gedacht da kann man ein paar kugeln aufhören face für happa auch hier oben rum ja wie kommt man da hoch ja da war ich auch schon drauf aber ich gebe bestimmt noch eine andere treppe oder glaube ich ja nicht niemand kommt hier gar nicht wirklich hoch er kommt bestimmt runter gleich na wie zu runter kommen ja nicht würde mich verarschen ja dann hole ich den weg hallo da oben jetzt kommt oder was wer der goliath ja spinnen und aber illegal